jetzt musst du mit swiss highlander wechseln bitte jetzt war mit swiss highlander also gegen die mittlere map habe ich nichts und gegen die untere auch nichts man beachtet das ist eine relativ neue aber die gibt es schon eine weile also welche maps haben jetzt nehmen ich finde die mittlere cool ich mache jetzt einfach zufällig wechsle jetzt einfach bis zum ende des kann okay die mittlere habe ich gewählt habe nichts gebracht passion rumble paritan ja echt mal paritan rumble paritan rumble das ist so eine art souffle weißt du wissen viele nicht aber anderes schiff oder auch nicht bleibt man auf der wobei warum nicht das schiff dürftest du noch ein match spielen ich meine es kommen eben bloß noch zwei und auf der map da müsste man die rechte seite ein bisserl verkürzen oder was ja weil ich meine wobei so geht es jetzt eigentlich tatsächlich mit dem doch das können wir so eigentlich lassen ist bloß ein bisschen eng jetzt also weil die magnet ist relativ groß ich weiß also ich würde jetzt glaube ich also ich würde in der janker nehmen mit dem fällt aus ist so langsam kreis da würde von der größe passen auch sehr ist mir zu langsam einfach die stadt schon ja 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 die wir vorhin hatten mit vorne allerdings nachdem ist und junker gegen pyramidion und junker das wird ein sehr ausgeglichenes match heißt das nicht eigentlich deus wult einfach nur so kommt drauf an wie man fragt im anime heißt es heißt deus lo wult ach gut das kommt in dem anime vor ja das wurde sogar während dem anime war das hier sogar mega der hype hallo das war die geschichte von tanja der schlecht der schrecklichen so heißt der anime übersetzt wo es darum geht dass halt ein typ von irgendeinem übermächte überirdischen wesen halt mal weniger umgebracht wird ja gut was heißt umgebracht ne er wird von dem typen umgebracht der das paar eine stunde vorher gefeuert hat und der das halt scheiße fand und dann kriegt er von diesem wesen in eine andere welt transportiert muss halt als baby anfangen weiß aber noch alles und jedes mal wenn dieses wesen halt sich quasi einmischt um diesen typen dazu zu zwingen zu tun was dieses wesen will ist halt immer bei irgendeiner person irgendeinem zettel wo halt drauf steht deus lo wult und ja so kam das halt auf ja ich kenne es halt nur von dem diesen kreuzritter deus wult dingens ja vielleicht haben sie auch die japaner einfach im latein vertagt kann auch sein ich hab's falsch gesagt ja so wie manchmal auch englisch zu häckseln wäre das ja kein problem praise the sun und zwar hä praise the sun praise the sun praise the sun ach ja ist übrigens für flock aber hat ja eh keiner wechselt die denn jetzt auf den banschies hätte man doch meine banschie junker nehmen ja ja das wäre garantiert besser gewesen meine banschanker ja deine oder junk schie junk schie nicht zu wechseln mit junkie junkie banker und junkie was banker und junkie ups so repariert was zwar links war danke oh und da kommt schon ne das sind wir ne passt und wenn du die ki hab jetzt bemerkt auf f1 einfach lässt dann natscht hier rum repariert benutzt aber auch kanonen wenn es dann krass wird kannst du immer noch auf f3 stellen ja wenn es krass wird ist es zu spät gut wenn du denkst das ist es recht krass werden haben wir einen plan da vorne ist unser schiff ok ja doch ist unser schiff ja ist unser schiff so da vorne sind wir schon die ersten ja 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 hab dich gehört sag mal einfach ki soll von kanonen benutzen ich kann es nicht sagen bei mir auf jeden Fall irgendeine muss da immer weg glaube ich ach so ja alter nice direkt die getting weg und tschüss auf keinen fall hinterher gehen das ist ein trap was wobei doch ein bisschen könntest du sie jetzt kommt es ja sowieso ist es da ja ja okay unsere kollegen gehen jetzt rein das heißt wir gehen uns auch ein bisschen vorwärts okay wir gehen zurück, wir gehen zurück wir gehen zurück wir gehen zurück ja dreh auf die rechte Seite und dann kannst du an, als nächstes rechte seite der Ballon ist tot ja, unterwegs Hülle ist auch tot jetzt KI ist hier oben wo sind wir da? hinter uns und über uns links ok, rechts, ja ich muss reparieren rückwärts wir haben einen Kill gemacht, die pull mir den weg au ja KI ist ja manchmal nervig, weil die haben immer hinterher rennt ja eigentlich ist es bloß ein klarer Kill ja das ja, also eigentlich ist das nur künstlich, also ohne Intelligenz ja genau wenn du es nicht schon wusstest wenn du es nicht schon wusstest aber okay, da kommt ne Kill mit in den die müssen wir holen abdrehen, 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 abdrehen oh fuck, 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 raus hier, raus hier oder durch scheiße die kam zu überraschend ich hab halt überhaupt nicht nach hinten geguckt ähm, möglichst irgendwie hier rauskommen ja, das, ja ja nein das hab ich falsch eingeschätzt wäre nicht schlecht, wenn unser Ballon jetzt kaputt geht, dann kommen wir nicht nach ja, soviel dazu jetzt sind wir ja auch woanders gleich noch wo sponst du? ah, okay, erst da vorne ist ein Junker da vorne ist ein Junker und eine Pyramide das war ein Hit? direkt getroffen, zerstört das war ne bumm ich hab auf gut Glück durch dieses Gerüst dadurch geschossen an die Waffe, Schuss bumm ich hab erst reloaded und wir haben jetzt auch gewechselt das war Pfosten ja gehen wir auf die Camerade oder auf die Slow and Flimsy? wir müssen noch ein Stück vor, aber ansonsten müssen wir die Junkern haben okay ich mach den grad mal noch ihre Waffen weg wahrscheinlich ein Stück so na ja doch, ich würde die Pyramide nehmen bleib auf der Seite am besten zu drehen würde so lange dauern, als es sich das lohnt komm, Engines kaputt komm, da kommt keine Engines mehr komm, da kommt keine Engines mehr das kaputt gehen ich brauch das für das Erschiffen wow ah, die die Kaizen zischern nein, ich kann den Ballon jetzt nicht reparieren oh, ich find das nicht gut okay, wir haben einen out of here wo ist denn der Atom wieder? fuck jetzt hat der Kaidas repariert toll ja versuch mal irgendwie dich hier zu verstecken wenn du siehst nein, nicht verkeilen, nicht verkeilen oh ja, okay ja, soviel dazu einfach geradeaus, geradeaus, geradeaus ja, 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 ja geradeaus auf dem Wand ja, jetzt rechts das andere geradeaus, ich weiß Ballon ist aber futsch, immer noch aber dann auf auf ja, komm hoch, komm hoch, komm hoch voll speed einfach unter dem bleiben erstmal das ne, 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 ne nein, nein versuch's bitte nicht okay, und jetzt hoch rechts, 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 rechts warte watte jetzt oooh скаж ela ja, jetzt rechts jaa Jawoll, geht Linke! Nice! Oh, hallo Kran. Wir müssen öfters mal die Matches so auf dem Boden ziehen. Ich mein, nur das Glück, dass er da ziemlich hilflos war, als er da unten war und nicht geschafft hat, dich nach unten zu pushen, weil dann wäre das weg gewesen. Was? Wir sind fast tot. Er ist Atem jetzt, diesen Tag. Da vorne. Kevin. Links. Das andere links. Oh, wir haben die P3 jetzt auf dem Schiff. Der andere ist oben drüber. Ja, am besten du gehst entweder runter oder ein Stück hoch. Ich würde runter entfernen. Sorry, ich gehe runter. Jetzt hier bleiben. Und hoffen, dass die Junker nicht pusht von oben, dann geradeaus. Und weg hier. Ups! Ja, deswegen. Jetzt stehen wir beim Rechtsdrehen. Wo ist die? Ja, da. 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 Das ist mal zu viel. Was hat uns jetzt so schnell gekillt, Alter? Ja, weil beide auf uns raufgegangen sind. Womit? Welche Waffe? Beide Schiffe! Alter, wir waren bei 90%, die müssen noch Flach sein. Also gehabt haben können dürfen. Da, da. Links, ja. Links, gut. Prost! Was wollt ihr? Links, rechts? Links, okay. Also, bleib ein Stück runter. Zu Kevin. Ein Stück runter? Okay, die sind jetzt eh weg. Dann irgendwie abhauen. Moment. Okay, das wird nix. Au, 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 au. Kommen schon halt zusammen. Ich meine, die haben nur Getlings, also die Pirates zumindest. Das ist nicht so gefährlich. Ja, das ist leider nicht ganz einfach, wenn die End... Ach. Ich war die ganze Zeit schon dran. Ah, fuck. Davon aus! Nichts, ha, ha, ha. Ooooooh! Die KI ist super nervig. Ich muss mal reparieren. Das ist die beim Ballon. Denkt man sich, ja, die steht beim Ballon. Ich gehe zur Hülle. Repariert die Hülle, stellt die sich neben die Hülle, neben mich. wartet, bis der Timer abgelaufen ist und der Ballon hinten bleibt einfach unter. Toll. Und die war Level 44. Nicht die zweite Map. Du meinst kein Sniper-Match? Und vielleicht auch kein Crazy King. Also kein Ambush. Danke. Danke.